Okay, wenn wir da nicht dran, dann fliegt Onkel Sam mal weiter. Nein, hier möchte ich auch nicht spielen, geht alle weg. Und richtig schön, da war aber gerade irgendwie... Was ist das denn für eine Brücke, ey? Ah, Supersprung, okay. Cap. Jetzt fliegen wir hier durch die... Boah, wir können wieder upgraden, 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 upgraden. Ich bin da, ich bin da, ich bin da. Fähigkeiten, Ausdauererhöhung. Kostet 12.000 Ocken. Oh, der, oh, der, oh, der. Ja, äh, da, Sprengwaffen, Entführ-O-Matik. Äh, was ist denn die Entführ-O-Matik, will ich das wissen? Ich weiß es nicht, wie viel kostet die denn jetzt eigentlich? Ent-Führ-O-Matik. Achso, die haben wir ja schon, die haben, haben wir ja schon. Da müssen wir gar nichts tun, ist ja, guck. Bandenfähigkeit, äh, Saints-Verstärkung. Ich hab aber doch eh keinen, was interessiert mich das denn? Boni, äh, Fähigkeit, Taschentiebstahl, was macht das denn? Rempele vorsichtig Leute an, um ihnen ihr Geld zu stören. Äh, äh, ja, komm, lass stecken, ey. Ähm, Kräfte, 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 Kräfte. Supersprung ist ein Upgrade verfügbar, Sprunghöhe, wir können höher springen, kostet 30, wir haben 9. Tja, das ist dann der berühmte Satz mit X, würde ich sagen. So, dann, ähm... Okay. Wo müssen wir denn hin? Hier offensichtlich nicht, da wollen wir ganz schnell drüber. Hier wollen wir hin, Tag. So, rechte Maustaste, linke Maustaste, Puppenflug, wirf dich selbst vor Autos, Objekte und Gebäude. Okay. Dann, würde ich sagen, drehen wir uns mal wieder hier so rum, da, 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 sehr schön, sehr schön, das läuft, das läuft geil, das läuft gigantisch, das läuft gigantisch, das läuft gigantisch, das läuft gigantisch und das Auto kriegen wir mit und, yay. Und komm, komm, und den kriegen wir auch noch mit und, ey, schade. Komm, mit Schmackes hier, komm, wir schaffen das, wir schaffen das, wir kriegen... Ach, du dürftest ruhig gegen ein Auto, da wird gar kein Problem mit. Wey. Wie viel brauchen wir denn? 600. Ei, 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 ei. Au. Weiter drehen, weiter drehen, immer weiter drehen, immer weiter drehen, nicht aufhören zu drehen. Und komm, immer weiter drehen. Und Kurve, Kurve, kriegst du, kriegst du, schaffst du, komm Junge, Junge. Hä, okay, dann nicht, dann würde ich sagen... Mit Schmackes hier. Und wir rollen wieder, und wir rollen, und wir rollen, und wir rollen, wenn... Ja, Volligen, der war, der war, der war gut, 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 der war nicht ganz so gut, aber prinzipiell war da ein Hydrant im Weg. Okay, okay, mit... Ah, nein, 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 dreh dich, dreh dich. Ja, komm, hör auf, wir wollen... Wir wollen mit... So. Einfach Arsch hochspringen, und... Ding ins Kirchen machen. Die Rolle. Hier den Hampelmann-Wasser. Wow. Au. Au. Wo bin ich? Au. Hilfe. Helfen Sie mir, rufen Sie einen Arzt, aah. Wow, wohin, wohin, wohin? Langsam, langsam. Nein, das passiert doch das, genau das meinte ich. Und... Los geht's. Ich schaff das mit den 600. Ich hab ja noch hier, hast du nicht gesehen, viereinhalb... Ach, fünf Minuten, so, dass nicht viereinhalb, fünf Minuten. Was soll ich denn die ganze Zeit noch machen, ey? Können, Käfchen trinken. Und den Ei, sehr gut, voll mitgenommen. Und jetzt hier über den Zaun. Und weiter, weiter, komm, schaffst du gut. Okay, schaffst du nicht, ist klar, ist verstanden. Mit ein bisschen springen. Über die Brücke könnten wir jetzt mal in die Richtung, in die Richtung... Ja, ganz oben über die Brücke, das ist kein Thema, das ist super. Nicht dagegen. Roll, roll, komm, 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 Junge. Zieh. Komm, den nimmst du auch noch mit. Nein. Aber egal. Wir sind noch in Bewegung. Wir sind noch im Spiel. Wir sind sowas von im Spiel. Also, oh, baum, baum, da nehmen wir jetzt mal einen Eute kennen. Ja, den haben wir. Ach, Traum. Und oben auf die Bahn. So, schön immer im Gegenverkehr. Den kriegen wir mit. Verdammt, doch nicht. Den auch nicht, schade. Oh, nein, nein, bleib in Bewegung, bleib in Bewegung, Junge. Komm. Zieh. Und den Wagen nehmen wir. Komm, komm, da war voll einen drauf. Boing. Au. Mit Schmackes, sehr gut. Das war schön, das war... Okay, das war jetzt nicht ganz so schön. Wenn wir uns jetzt wieder mal ein bisschen nachhören. Okay, doch von dem Schild. Wow, wir haben Bronze geschafft. Wir sind so gut. Au, warum bin ich jetzt dagegen gefallen? Komm, komm, komm. Komm, irgendwie müssen wir... Ja. Ja, nee, danke. Verzichte. Wie viel brauchen wir jetzt? Eine Million. Oh, nein. Wir sind aber schon bei 700 und noch drei Minuten. Über drei Minuten. Das sieht gut aus. Da, den kriegen wir, den kriegen wir. Komm, komm, komm. Ah, sehr gut. Voll einen drauf. Wieder einen mit dem Schild. Sehr gut, Schild ist gut. Schild ist... Es bremst uns zwar, aber... Hm. Ja, komm, komm, ein bisschen Drehung reinbringen. Bring mal ein bisschen... So, jetzt haben wir Silber. Dann würde ich sagen... Oh, hoffen wir das jetzt mal noch... 1,7... Ein 2... 2,45... Ungefähr 700k... Könnte hart werden. Aber wir versuchen es. Wir versuchen alles hier. Und Mauer. Das ist jetzt ungünstig. Was bedeutet... Sehr schön. Das Auto hat uns nochmal schön Schwung gegeben. Das Schild... Schild... Au. Kommen, komm, komm, Junge. Sammeln mal Schwung, indem du hier runter gehst. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich hab das mit der Steuerung immer noch nicht so 100% drauf, aber... Dafür... Kann man sagen, läuft es. Okay, obwohl das jetzt gerade gar nicht mehr gut aussieht. Wir haben jetzt in 45 Sekunden knapp über 100k gemacht. Ist jetzt nicht unbedingt... Dass ich sagen würde... Ja, das ist jetzt eine schöne Leistung. Oh, das war ein guter. Das gab 200... Und das Auto... Ach, schau mal, wenn ich das doch gekriegt habe. Das war natürlich geil gewesen. Aber halt, da ist wieder Auto. Komm. Komm, 300k... Und immer noch 1,40. Hier lang kurz. Wir müssen halt viel im Bewegung bleiben. Wir sind bei 3, gleich sind wir bei 400k. Sehr gut. Und wir sind noch bei 1,30. Fünf. Okay. So, dann müssen wir uns einfach nur gucken, dass wir... Oh, fuck. Das war miese. Das war miese gerade. Und... Nein, das war... Oh, das war miese. Das war jetzt ganz schlecht. Nein, warum machst du denn so einen Scheiß, Junge? Komm, wir brauchen nur noch 100k. Und sehr gut, das ist... Komm, komm. Mach doch deine Moves, Junge. Ja, komm. Komm, wir müssen doch wieder in Schwung. Warum macht er das denn jetzt nicht mehr? Komm, mach Moves, Junge. Mach Moves. Oh, ich fasse es nicht, ey. Soll das echt... An diesem letzten 100k liegen? Ernsthaft? Das kann nicht an 100k jetzt scheitern. Danke. Danke. Danke, komm. Das sind gar keine 100k. Das sind nur 70k, die fehlen. Jetzt sind es nur noch... 23? Nein, bitte. Komm, komm. Auto... Ja, das gibt's nicht. Was macht ihr hier? Egal. Komm, einfach drauf bauen. Da. Ach Gott, wir haben es ja eh schon gepackt. Jetzt können wir halt noch ein paar Punkte zusammenkramen. Aber auf. Egal. Gold. Gold. Gut, das haben wir uns auch redlich verdient. Aber egal. Ähm, wir müssen jetzt beseitige die Zin-Truppen. Machen wir das noch eben? Weee. Oh, da. Die Kugelkriegen. Den du bist, den du bist, Ding. So. Sehr gut. Ich mag wieder jeder. Was bist du denn? Dafür musst du jetzt leiden. Oh. Ernsthaft. Du hast ernsthaft einen Baseballschläger rausgeholt. Merkst du, was du davon hast? Merkst du, was du davon hast? Du fahr hier nicht rum. So. Da ist noch einer. Der kriegt auch direkt wieder einen drauf. Oh. 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 Geh weg mit deinem Taxi. I'm probably gonna be late for my appointment. Wer schießt? Angsthaft. Oh. Sorry. 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 You won't live to regret that. Bam. So, jetzt aber. Also manchmal hab ich's noch nicht so mit den Moves. Aber was soll's. So, wir gehen, äh. Ist immer noch das Taxi. Danke. Ich hätte immer noch gern diesen unbegrenzten Sprint. Ich mein, unbegrenzter Sprint. Das wollen wir Zunge zergehen lassen. Oh, da schießt schon wieder jemand auf mich. Oh, ich kann ja auch abhauen. Da war, da war, da war. Datensammlung 13. Super. Da müssen wir echt hier ein paar mitnehmen. Schwung. Oh, da sind ja ganz viele. Ei. Zu weit geflogen. Schade. Tap, tap. So, die nehmen wir im Moment. Und die. Tap. Und... Das könnte in die Hose gehen. Deswegen laufen wir lieber noch auf die Brücke. Ich weiß gar nicht, ob wir jetzt das Schwimmen haben oder nicht. Aber... Das muss ich ja nicht ausprobieren. In die Richtung wollen wir. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Oh nein. Ähm... Erstmal die fassende Waffe aussuchen. Ich die. Klapp. Ach donk. Was sagt ihr denn dazu? Was sagt ihr denn dazu, Freunde? Ha? Machen wir Party? Machen wir Party auf die amerikanische Art und Weise? Ja? Ja? Oh, fuck. Brenner. Sind wir nicht alles Amerikaner, Freunde? Sind wir nicht alles Amerikaner? Denn... Ich brenne schon wieder. Das Pfosten läuft zu brennen, ey. Also ich muss sagen... Die Waffe... Nice. Dann... Nehmen wir da drüben noch die... Dinge jetzt mit. Landdonk. Daneben. Ähm... Perfect. So. Wie viele Munition haben wir denn noch dafür? Ach, 800. Das sind nicht... Das ist ja... Chili-Willi. Jetzt machen wir uns locker. Schon allein die Musik ist geil. Au. Ernsthaft. Wo war das Problem beim letzten Mal? Wir hatten nicht diese Erbische Waffe, ey. Wer schießt denn ernsthaft? Ernsthaft? Kumpel. Weißt, ne? Also. Noch mal anderen Feuermodus. Hä? Was willst du denn? Du. Bujakalaka. So. Ähm. Hinten. Ganz taffend. Wow. Achtung. Rad. Ich bin Mr. Unglaublich. So. Was haben wir denn jetzt eigentlich markiert? Hm. Achso. Wir müssen dann noch mehr machen. Schließe den Hotspot. Entführe das Auto mit den Daten. Störe das System. Dann machen wir... Als erstes was machen werden, da ich denke, wir würden erst noch mal Munition auffüllen.